Wenn du online mit jemandem schreibst, den du nicht in echt kennst, kannst du nicht sicher wissen, wer das wirklich ist. Wenn dich jemand anschreibt, um sexy Bilder von dir zu bekommen, oder dich sogar um ein Treffen bittet, mit der Absicht, dich sexuell zu belästigen, nennt man das Cyber-Grooming. Eine solche Person schreibt dir über Chats oder soziale Medien. Die Person hat vielleicht ein gefälschtes Profil und tut so, als ob sie in deinem Alter ist. Sie ist nett, versteht dich und macht dir Komplimente. Zum Beispiel, dass du sehr hübsch bist und sie dir helfen kann, Model zu werden. Vielleicht verspricht sie dir auch Geld oder Geschenke. Und sie fragt im Gegenzug nach Fotos von dir oder nach Informationen über dich. Zum Beispiel nach deinem Alter. Sei misstrauisch, wenn dir jemand sehr persönliche Fragen stellt oder Fotos von dir möchte. Egal wer. Wenn du unsicher bist, hole dir Hilfe. Auch wenn du bereits etwas von dir verschickt hast. Wir sind für dich da. Immer vertraulich kostenlos.